Hallo und herzlich willkommen bei Minks Puzzle Pack. Ich habe absolut keine Ahnung, was gerade jetzt auf mich zukommen wird. Ich weiß nur, dass das Gameplay absolut anders sein soll. Wir werden auch gleich sehen, warum dem so ist. Okay, aber diese Dinge muss ich jetzt definitiv mal ändern. So, Musik, Aldip, Sound, Aldip, alles gut. Wir beginnen mit einem neuen Spiel. Um Gottes Willen, was ist das in der Mitte? Hi, Kura. Static Confinement? So, ich weiß... Moment. Etwas stimmt hier nicht. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Ich weiß nur, dass wenn ich jetzt gleich irgendwas drücke, ein zweiter King gleich auftauchen wird. Ich weiß nicht, mit welcher Taste. Mit Sprung, oder? Nee. Sprung ist okay. Pogo? Pogo geht auch. Okay. Oh, nee. Ich wollte nur ganz nah ran. Nochmal. Ja, genau. Das wollte ich... Ah! Moment. Wenn man schießt... Wenn man schießt in diesem Spiel, dann entsteht ein Commander King Klon, der uns quasi bei dem Gameplay dann ein bisschen helfen soll. Sprich, die Schüsse sind eigentlich für das Klonen zuständig. Pfff, das ist so bekloppt. Okay. Achso, und die Klone? Yo! Ja. Äh, was? Okay, Moment. Die Klone sind noch dafür zuständig, dass man Gegner irgendwie... Man kann die Klone vorschicken. Ach, so funktioniert das. Guten Tag, Mann von Chica. Ich bin... Ich bin... Die ich bin. Okay. Nein, das geht so nicht. Yo! Wow! Okay. Hier ist zwar schon das Exit, aber da will ich ja noch gerne... What? Lass mich! In Ruhe! Ich weiß noch nicht so... Yo, okay. In secret. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich suche jetzt mal ein paar Secrets und dann reden wir weiter. Musik. Musik! In der Klartat. Ich toll deutsch. Besser? Besser? Yo, was macht der denn da? Da. Lol. Also. Okay. Aber nur weil ich weiß, dass da auch so einer ist. Das heißt, die Klone können die Gegner stunnen? Ich dachte, man kann hier stehen bleiben. Hä? Wieso kann ich hier auf einmal nicht stehen bleiben? Hä? Äh, äh, äh. Meinetwegen. Meinetwegen, aber ich finde, dass das extrem gerade ist. Moment, ich speichere hier sofort wieder ab. Das ist etwas, ich weiß nicht. Es ist lustig, aber es überfordert. Yo, ich kann hier auch sterben. Lass mich da rein, verdammt. Okay, das heißt, meine Schüsse erstellen Klone. Ist das ein secret? Okay, ein Moment. Ähm. Okay. Sie hat's geschnallt. Einer von dreien bin ich. Ich, pfff. Okay. Alles gut. Alles gut. Okay. So dumm bin ich nun wieder auch nicht. Okay, es ist mal eine schöne Botschaft. Ich gehe einfach... Äh. Mir bringt das, glaube ich, da nichts lang zu gehen, weil die Dinger da irgendwie aktiv sind. die Musik, ne? Okay. Yo. Es ist lustig. Oh, ein secret. Ich muss einfach... Einfach wahrnehmen, dass das nicht das Ende der Welt bedeutet, wenn ich einen Klon mache, sondern dass dieser Klon... Wow. Sondern dass dieser Klon mir auch das Leben retten kann, weil er ein Schuss ist. Gut. Komplett neue... Welt hier. Hä? Was macht mein Klon da oben? Wo taucht das auf? Muss ich Angst haben? Oh. Oh. Wow. Okay. So kompliziert ist das jetzt nicht, aber lieber einige tausend Schüsse einfach haben, also kurz gesagt, einige tausend Klonen haben, als gar nichts. Ach, du liebst den Mod? Na, ich weiß gerade nicht, was ich... Are you kidding me? Ich weiß gerade nicht, was ich damit so anfangen soll, so richtig, aber wenn ich schon hier bin... na, komm raus. Okay, lasst mich ein Mechanic Bay wegsehen. Oh, Gott sei Dank, Schiss. Nee, dafür vergeude ich keinen Klon. Jo, ich darf mich hier nicht verklonen. Lol, was war das? Okay, X-Rack. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ich habe jetzt einfach meinen Klon nach vorne geschickt. Offenbar gar nichts. Okay, die ersten Level sind ja irgendwie machbar. Ich finde es schön, dass das nicht gleich so richtig in Richtung Hardcore ging. So, dass man so echt keine... Boah. Können... Lel! Nein. Was geht denn so ein Klon-Schuss? Ich lasse den Klon einfach vor mich gehen. Um... Is it Ingwis? Können die nicht springen? Können die nicht springen? Können die nicht springen? Was ist mit denen? Ach doch, können sie. Okay. Ah, wonderful. Der Klon hat ein Secret aufgehoben. Oh, wie geil. Ey, wow. Also das sind so Dinge, ne? Schon wieder, ich denke überhaupt nicht nach. Die passieren. Super. Okay, wo bin ich denn jetzt und so? Da, 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 da. Aha. Dynamic hole. Oh, Moment. La, 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 la. Yay. What? Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, umso mehr Klonen ich habe, umso niedriger kann ich springen? Yay. Das habe ich ja da vorhin auch gemacht. Ja. Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Äh, ich habe geschossen. Äh, okay. Bleib ja auf der Plattform, X-Rack. Bleib ja auf der Plattform.